Eine Werkstatt. Minibarra. Leider hat der Mann vor sich schon die Tür zugeschlossen. Nehmt die Tür. Leider hat der Haus kein Feuch. Dieser Buster. Dieser Buster. Dieser Buster. Dieser Buster. Das war schon mit dem Tischlader. Da. Leider. Einer, drei. Und schon? Und nun auch, weil das muss, dann muss das auch noch gebuddelt werden, Katz. Da steh ich immer auf, aber ich will auch fallen, ich fall da sogar wieder raus. Heute wird die Müllabfuhr bisschen schmutziger gemacht, kann ich sagen. Das mache ich einfach so. Heute wird die Müllabfuhr einfach mal ein bisschen schmutziger gemacht, mit ein bisschen Farbe. Ich nehme ein bisschen Farbe daraus, tupfe das ein bisschen ab und dann ist es so. Da wird es ja auch manchmal ein bisschen weg. Da so, da wo die Mülltonne reinkommt, auch innen drin ein bisschen. Auch die Förderbänder sind manchmal ein bisschen dreckig. Ich brauche mal ein bisschen neue Farbe. Den Bagger habe ich schon behandelt. Guck doch, was ich die Müllabfuhr gemacht habe. Hinten drin sogar auch. Auf den Förderbändern. Ich bewege die mal neu aus. Guck was. Ich kann noch ein bisschen machen. Das ist auch manchmal schmutzig. Schmutzig ist hier manchmal in der Müllabfuhr drin. Das ist dann auch bäh. Der Müllabfuhr ist manchmal ganz viel schmutzig. Pass, aber ich finde auch, das ist ein bisschen schmutzig an der Müllabfuhr. Auch das Urteil. Ich finde es sehr echt auch. Dazu wirst du dann noch Schmutz machen an dem hier. Wirst du noch Schmutz machen. Das da glänzt nicht. Ich muss da ein bisschen mehr dran machen. Guck. Ich habe mir ein bisschen genommen. Damit es ein bisschen besser aussieht. Nicht so aus dem Teil. Oder aus Plastik. Ich muss das mal ein bisschen echt aussieht. Hier hinten schon. Ich habe hier gerade angefangen. Aber da ist auch manchmal Dreck. Und da und da. Da ist manchmal Dreck. Bei Grudern. Well done. Was ist da los? Frag ich mich. Da. Der Mähdreisch haben muss. Ah, Mäh. Der Mähdreisch. Der Mähdreisch. Der Mähdreisch. Der Mähdreisch. Er hat vergessen den Großen. Er hat vergessen den Großen. Er war kaputt. Er ist jetzt kaputt gegangen. Keine Ahnung. Er ist kaputt gegangen. Er ist kaputt gegangen. Nur der Glas, der packt keine großen, dicken Mähdrescher mit dem Mähweck, kann länger abschlecken. Mhhh. Er ist der großen Glas. Ich komme gleich wieder durch. So, dass alle um die Stadt kommen. Da sind meine Kinder da. Das ist der Schuss. Er ist mit einem Herzenflogen jetzt. Er hat seine Schörer. Er ist mit dem Blutchen. Da. Da. Motoraufgang und pfft. Aber der Lass ist fast jetzt. Der Lass, Höme durchsteigt, spürt der Motoraufgang und pfft. Der Motor ist an dem kaputt gegangen. Motor Schatten. Motor Schatten. Ich gebe noch eine Möglichkeit. Der Caterpillar 68 schafft es. Der glaube ich schon. Ja, Caterpillar 68. Auf jeden Fall gehen die beiden mal in die Wirkschaft. Der hat die Schaube zugemacht. Der hat die Schaube zugemacht. Der hat die Schaube zugemacht. Der kann die Schaube zugemacht. Da! Nicht gut! Da sieht man nochmal was ist da. Der Mütter Schartan. Schau mal, ein alter Bruder Scania. Der ist vorne so gerade. Ich finde ihn aber auch sehr range und cool. Und der ist natürlich sehr, sehr teuer, so Brudersachen. Da sieht man, das geht. Er hat aber auch eine sehr schöne, grüne Kölnmühe. Er hat so ganz großes weißen Profil. Er hat dann auf den Kölnmühe. Er hat so eine große Ergänzung für die Kölnmühe. Er hat sich in der Kölnmühe. Er hat sich in der Kölnmühe. Er hat sich in der Kölnmühe. Es ist der Vergleich so, sieht ein moderner Scania aus. Der Eisbefehl wird besser, weil der eine schöne Mulde hat. Der Eisbefehl wird besser, weil der eine schöne Mulde hat. Der Eisbefehl wird besser, weil der eine schöne Mulde hat. Der Eisbefehl wird besser, weil der eine schöne Mulde hat. Der Eisbefehl wird besser, weil der eine schöne Mulde hat. Der Eisbefehl wird besser, weil der eine schöne Mulde hat. Der Eisbefehl wird besser, weil der eine schöne Mulde hat. Der Eisbefehl wird besser, weil der eine schöne Mulde hat. Der Eisbefehl wird besser, weil der eine schöne Mulde hat. Der Eisbefehl wird besser, weil der eine schöne Mulde hat. Der Eisbefehl wird besser, weil der eine schöne Mulde hat.